Ich habe auch ein Zitat mitgebracht. Dürfte ich das noch mal kurz zitieren? Ich denke, das gehört zu seinem Dung. Ginge das? Ja, bitte. Hat mich extra mitgebracht. Wir beschliessen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begriffen haben, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist das Europa, das die Leute eben nicht wollen. Das ist der pure Sozialismus. Und das ist ein Zitat von Jean-Claude Juncker. Ja, genau. Herr Krause.